Hallo und herzlich willkommen zu Ein Let's Fun. So, dann wollen wir mal die Party starten. Wen haben wir denn hier? Unseren schönen Adi, sag mal hallo. Er sagt nix, okay. Es läuft wieder. Knolle. Hi. Servus. Und unser Master of Shadow. So, Jungs, was wollen wir machen? So, ich würde sagen, ich zeig euch doch mal die Bank, wo man reinkommt, wo es eigentlich den Banküberfall geben sollte. Was haltet ihr davon? Ja. Alle Folgen. Adi, kommst du? Rechte, wieso bin ich nicht in die Garage gegangen? Jetzt muss ich fünf Kilometer laufen? Dann komm gleich wieder, der ist bei deinem Papa kurz. Ja, dann musst du leider weiterspielen, Evie. So. Ey. Du Scheiß, wenn man Anzug nackt ist, ja, und der ist nass, schaltst du die Reinigung. Und die Reinigung von meinem Auto. Weil das ist auch nass. Von ihm, so wie außen. Wir sind wieder da. Yo. Wir haben gerade angefangen, aber du wolltest nicht mit mir reden. Oh, kann ich mir ein Auto aussuchen? Äh, das waren meine Autos. So. Du hast keinen Zutritt zu dem Versehen. So, wo seid ihr alle? Äh, ich bin in der Garage. Also. Ich hab kein, mein Auto ist nicht. Ja, ich hol dich ab. Komm raus. Oh Gott, der Mimmel. Nein, ich will ein eigenes Auto. Polyteralschaden, alles gut. Ja, da kommt. Ich weiß nicht, wie ich aus der Schmutzgarage rauskomme. Warte, ich schau den Schaden. Wo bist du denn jetzt? Adi. Haha, ich lade Bildschirm. Oh, Mann. Ich glaube, ich bin aus der Garage raus. Ja. Ja, warte. Warte mal, wo war das Nummer? Hier war das. Bank. Ich hab hier nochmal versucht, das absolut. Uuuuh. Ja, danke, dass du mich anfährst. So, dann. Ja, dann komm, folge mir. Wir gehen jetzt in eine Bank rein. Also in den Hauptresor, wo der Banküberfall sein wird. Oh. So. Riss, ich hab dich verloren. Oh, oh, oh. Hahaha. Schalt, ich bin in der unteren Straße. Hier musste das gewesen sein. So. Wupp. Ich bin quasi da. Ja, ich warte ja auf unseren Adi. Wo ist er hin? Er ist... Ich versuch schon wieder auf deine Straßen zu kommen. Ich bin irgendwie falsch. Hahaha. Ich hol dich ab. Du könntest auch bei mir einsteigen. Nein. Aber wo bist du denn her? Gezwiebelt. Warte, bleib da stehen, bleib da stehen. Ich komm runter. Ich guck über den Monster-Stunter. Ich fahr schnell den Stunt runter. Tick. Ich bin total in der Ecke. Oh man, den krieg. Den kriegst du eh nicht, weil du ins Parkhaus reinspringen musst. Was ist denn los? Ich geh jetzt für den alten ohne nicht vertrauen, weil ich fahr jetzt da runter. Hahaha. Die kommt hinter dir eh ja. Die zieht dich jetzt aus der Karre an. Okay, komm. Weg, 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 weg. Woh lang? Geh du? Ja, ich bin hinter dir. So, komm. Ja, vielleicht wärst du ein bisschen vor mir. Er hängt dran, ich hab ein scheiter Auto, ja. Ja. Das ist ein bisschen heller kannst du fahren. So. Haben wir vorhin Überfalle oder was? Ja, ich zeig wo der Bankraubüberfall stattfinden wird. Wir kommen in den Tresor schon rein und da liegen schon 200.000 Credits, die wir uns einsacken können, müssen den Tresor runter öffnen. Was? Bist du jetzt falsch gefahren? Ja, da runter. Die anderen zwei warten schon noch. Der ist ja auch gar nicht besser wie ich. Hahaha. Oh Mann. Hier vorne. Halt. Hier, 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 hier. Warte, ich glaub mir schnell das Auto da. Perfekt eingepackt. Ja komm. Du brauchst nix klauen. Gleich, ich klau mir das Auto. Achso. Seid ihr schon in der innerbank Knolle, Master? Ja. Ja. Alles klar. So. Ja, bin da. Ja komm hier rein. Haupt, Haupttür hier. Achso. Komm. Was ist das denn? Na komm. Ja Mann. Na komm. Ich park bei ihm gerade. Ich bin nebenhin parken. Ja komm rein. Hahaha. Was ist, Schatz, du brauchst nicht schimpft, dass ich scheiße mache. Das ist einfach so, das gehört nicht so. Was trifft Parallel dich nicht? Nein, hier rein. Hopp. Ich will nicht ja. Das hat die schwule Rennen angefangen. Ja du musst hier seitlich dran vorbekommen. Ja, ich will den Job verlassen. Oh, komm. Ja, bin unterwegs, bin er da, bin schon da. Na komm, gerne mit dem Knack auf. Dann laufen wir mal hinterher. Ah, die sind schon drinnen. Laufen müsste ich unvollfreier können. Das ist auch einfach, Frau, ja. Schau noch nicht, wie sie aus. Ach, verdammt. Oh, Juni. Falsch, falsch, falsch. Ja, wo? Drogenpolizei. Ich weiß nicht, dass du so bist. Also, wenn die Drogenpolizei machen, dann kannst du nicht sagen, dass ich entscheidend war. Ja, das ist nicht besser. So, hier hinten rum war das, glaube ich. Jawoll. Liegt alles am Auto. So. Ich glaube mein Auto ist weg. Ja, wir kommen. Ich mach. Wir kommen. Auf mal vor mit deinem Knackarsch. So. Hier wieder runter. Da sei da. Passt. Was war das der Knolle? So, hier komm mal her. Hör aufpassen. Hey. Hör auf, hör auf auf, ich schau. Hier. Hier hin. Ja, ich bin da. Ich neune, stell dich hier an die Wand. Ja, ich bin da. Geh auf Start. Und dann gehst du rüber mit LB auf Xbox Game Store. Ne? Warte, 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 warte. Ja, alle. Start. LB. Und dann ganz. Xbox Game Store, jetzt gehör auf. Reingehen. Jo. Jo. Ja. 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 Wird geladen. Immer alles machen. Ich kann nur irgendwie zwei dauern. Bitte? Ja. Ja, wenn der komplett geladen ist. Dann wieder raus. Soll ich da dieses Moneten-Ding da? Ne, und jetzt wieder raus. Jetzt. Wird geladen. Wird noch von manchen Häusern, da wo so Easter Egg sind? Äh. Ich bin drin. Wo seid ihr? Steh ich hier? Ja, hier wird geladen. Wird immer noch. Von mir wird geladen. Also hier unten. Bei mir hat irgendwie dazu funktioniert wie es soll. Also ne, von mir hat da auch nicht. Ich bin irgendwo. Wo seid ihr denn? Ich bin nicht mehr bei euch. Ich bin da, wo ihr mich abgestellt hattet. Ich bin da, wo ihr mich abgestellt hattet. Hä? Ja, aber nicht mit dir. Warte mal. Ich mach nochmal ne Einladung, weil ich bin da, wo ich hin sollte. Bin ich gleich beim falschen Bild gestanden. Ne, ne, das ist oben die Ecke an der Wand. Weil ich bin unten im Tresorraum. Äh. Ich verbrote mich mal zu dir auch. Jo, ich hab's geschafft. Bin aber alleine da. Probier's grad nochmal. Und wie krieg ich jetzt den Frisorraum? Ja, das machen wir ja zusammen. Du musst ja wieder zurück in meine Lobby kommen. Jetzt bin ich draußen. Jetzt kommst du wieder rein. Den Weg, den du... Den wir gerade gelaufen sind. Aha. Den find ich niemals. Warte, 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 warte. Ich wusste erstmal, wie ich hier renne. Er rennt. Rennen um dein Leben, McFly. Ja, da bin ich hier gerade eingestiegen. Da lang. Lauf ich wieder hoch. Treppe, Treppchen hoch. Ich hab meine 200.000 schonmal. Oh, jetzt! Hier wieder runter. Ja, grüß, ich bin euch da. Jo. Wo gehst du jetzt nicht mehr aus? Jo, bin da, ich bin nicht mehr da. Ja, komm mal hier, wo ich bin. Komm mal hier runter. Ja, lass mich raus! ja genau den trick du gehst stellt sich wieder für stell dich mal fordert obere bild 1 drüber hoch 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 und jetzt machst du das gleiche noch mal mit dem games so dass du gleich automatisch speichern so oder ich schaue das bild an warte ich bis er geladen ist und gehe wieder raus oder wir wird geladen wechselt zum xbox game store tippen da ist er ich bin immer noch erledigt wie jetzt ich gehe wieder vor dem bild nur andersrum gedreht dann gehen wir weiter nach oben das geht nicht um den bild und das bild das geht halt um die ecke da dann gehen wir ein bisschen weiter nach oben jetzt bin ich nicht mehr auf der treppe gleich bin ich nicht mehr auf der treppe sondern bleib mal noch so noch auf der treppe gerade noch so auf der treppe ok geht nicht um sie schon so ok jetzt geöffnet auswählen also ich hab meine 200.000 schön für dich du kannst aber du kannst aber erstmal wieder hier in die lobby zurückkommen ja da bin ich doch gerade auf dem weg ach mal kann ein paar knoll ist hat es geschafft und knolle läuft hier drin und draußen rum das ist dir schief הפeter knolle kommt hoch kai gab es gestört ob knolle sich hingestellt hat weil ich bin wieder ich sehe Knolle Bündnis ich sehe Knolle doppelt ja ich komme nicht da rein ja da probier weiter aus noch mal ausprobieren irgendwann Knolle ist ja auch hier drin und er läuft draußen auch rum ja gut kann sagen er läuft draußen und drüben ja ja ist das geil Bündnis also schon mit B zurück ja ja mit B ja ich hab ein Scherbe umgebracht und da liegt Geld hier pass auf Knolle kommen wir schon mal mit runter er versucht hat noch weiter alle das klappt die Knolle du musst weiter runter das untere Bild warte ich bin zweimal da wieso ist jetzt ich bin zweimal da die andere hat kein Knolle verbrügelt nicht die wie die Steuer hohohohoho so und jetzt muss man den Tresor aufbauen kriegen da sind 200.000 Warte mal warte mal warte mal warte mal ich bin auch unterwegs ja hey hört mal auf Alter fasst du davon ich bin in Tresor du schießt hier mal in mein Dock mein Double um jeder hat einen Double ich hab meinen eigenen Double um umgetötet wie komm ich da rein umgetötet ja warte ja wir müssen noch auf den Knolle warten der wurde grad getötet Warte Master 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 wir wussten achte ich muss auch Waffen kaufen bei der alten 5 Kilometer größer wie ich bin 5 Kilometer Herr Keine Junge mit Junge mit Malheur gemacht hat ich mal hier nicht solch weil ich wirklich Hör auf mit dem Blödsinn ich hab eine Billigknarre so was geht ab warte ich hab einen Feuerwerkswerfer ich hab Benzin nein das ist ein Feuerwerkswerfer komm mal hin ich hab ne Hand ich hab ne Hand oh Mann er ist am rumspielen malst du da Knolle Knolle kommst du jetzt naja ich bin bin schon Knolle 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 ich sehe nur dass da mein Leiche liegt Knolle ich bin Geld haben also so jetzt muss man den Tresor aufkriegen D auch vor den b du Julio BK wir können auch vor allem für Knoll aber ich möchte ich jetzt in die Tresor Gauen oder was macht mal die Tür auf hey, wartet Knolle, geh da weg, er will die Tür aufmachen Knolle, geh mal da weg Knolle, geh da weg nein, komm mal da, zu uns warte, die Tür ist doch offen, Alter, was habt ihr denn? nein, nein, hier hier Knolle das war ja eh oh man was macht ihr denn? Alter Wichser da war kein Geld, aber Chris super, bin ich da draußen ja, da Problem ist, es geht noch weiter ja, ich bin draußen, weil Knolle mich umgebracht hat und bin ganz woanders ja, da müsste wieder hinkommen ich gucke, wenn du auch vorhin zu bauen da müsste er kommen wer, wer zur Hölle, wer zur Hölle hat von Autoren gepackt, was soll das? das ist das hier ich bin hier bei den Bullen gelandet oder was? oder warum steht mein Auto hier? Leute, ist das nur so unendlich leicht gut geht so, dann kommt mal wieder, ich kicke euch dann die Tresorttür offen Knolle ich bring dich jetzt danach echt erstmal um jeder hat einmal Knolle umbringen, Freifahrt ich nicht du hast sie schon eingebracht du hast sie schon eingebracht der Taliban so, einer ist schon wieder dort ich muss erstmal hier 5 Kilometer laufen ich halte den Tresort offen ich halte den Tresort offen ich habe eine fetten Gaudi würde ich sagen du hast welchen Gaudi in deiner Hose so, hier das Ding müssen wir gleich aufmachen ja, nee, Moment ja, wir warten ja Knolle ist schuld ich bin ja schon froh, dass ich den Weg gefunden habe so schwer hab ich wieder nicht geschafft, nee Knolle, bleib mal hier stehen komm mal zurück guck mal was ich hier schönes, feines habe guckste guckst du? feuerwerk, feuerwerk feuerwerk wo kommt mir das bekannt vor die Wand brennt immer noch fail also ich versuche wieder rein zu kommen ja super kleine Brunner auch für ein Zubart so, Master er kriegt weg du Arsch so, Adi mach die Tür auf ja, oh, ich mach die Tür auf warte ich bin hier voll Businessman so, und jetzt wo ist das Geld? links rum, hier, komm so, hier das Ding müssen wir aufkriegen so, hier das Ding müssen wir aufkriegen da ist das Geld drin, ne warte war noch für vorher hör auf ich brenne, nein warte guck mal ein Zubart das geht nicht auf so hallo, 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 hallo warte, oh man ich ich hab den Weg hinlaufen jetzt schon zum sechsten Mal warum machst du deinen Weg raus? ich schieße da rein und dann schon gespielt so so, guck mal ob es offen ist ja, ne, schaut aber noch genau so zu wie vorher ist es nur so, dass ja, mach Sarris Sarris hau ab, hau ab alter wir haben euch getrollt ha 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 hier gibt's nämlich noch kein Geld hier gibt's nämlich noch kein Geld hau 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 erstmal Selbstmord juhu boah und ich fall die Treppe noch runter ja doch, wir haben euch getrollt ha 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 jetzt wir sind unser dos das das